Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 28 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 820 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017